Wenn man jetzt zum Beispiel Musikvideo dreht mit Musikern, dann ist es meistens so, dass wenn man die ersten Aufnahmen mit denen dreht, es dauert schon seine Zeit, bis dass ich merke, sie werden jetzt immer mehr und mehr locker. Ich mache das immer so, dass ich mit den Musikern den Titel meistens drei bis fünf Mal durchspiele. Ich sage dann immer, pass auf, wir machen unsere Aufnahmen, habe meinen Kameramann, der kriegt von mir genau die Aufgabe, was er machen soll, wie groß die Aufnahmen sein sollen etc. Das machen wir von jedem Musiker. Die ersten fünf Male in Wirklichkeit, also die ersten fünf Aufnahmen, schmeiße ich weg.